Elektro, Elektro, Elektro. Die ganze Welt wird elektrisch. Wir fahren künftig nur noch elektrisch. Und das ist sicher super, weil wir keine Emissionen mehr haben. Aber wir handeln uns damit eine ganze Menge anderer Probleme ein, die viele noch gar nicht so richtig wahrhaben wollen. Billige Autos, bezahlbare Neuwagen, das können wir erst mal vergessen. Im Augenblick gibt es einen Neuwagen, einen Kleinwagen für deutlich unter 10.000 Euro. Die elektrische Welt fängt beim Dacia Spring an und das möchten wir ja sicherlich nicht als echtes Auto bezeichnen. Wer in der Familienklasse unterwegs ist, ist bei 30.000 Euro. Das ist zu viel. Das haben die Hersteller mittlerweile begriffen und tüfteln alle an Sparkonzepten an bezahlbaren Familienautos. VW hat uns die Idee vom ID.2 gezeigt. Citroën, Erfinder der Ente und damit das französische bezahlbare Allerwelts Auto, hat sich ebenfalls Gedanken gemacht und hat uns einen großen Bruder des kleinen Amis hingestellt. All E heißt die Studie, die so zwar nicht in Serie gehen wird, die wird nicht mal auf dem Pariser Salon zu sehen sein, aber die die künftige Modellpalette mit ganz, ganz vielen smarten Ideen befruchten soll. Welche das sind und warum das Auto aussieht wie ein Hummer, also das krasse Gegenteil dessen, was wir uns unter einem effizienten, nachhaltigen Auto vorstellen, das schauen wir uns jetzt bei einem ersten Rundgang mal an. Als die Designer das erste Briefing bekommen haben, hatten sie sicher ein paar schlaflose Nächte. Denn das Auto sollte mit 4, 4,20 Metern Länge so groß sein wie ein aktueller C4. Es musste natürlich, weil alle Welt danach schreit, ein SUV sein. Es soll aber nicht mehr als 25.000 Euro kosten. Es soll nicht mehr wiegen als 1.000 Kilo, damit eine kleine Batterie rein kann, die wiederum das Gewicht senkt und so die Spirale weiter nach unten bringt. Kleine Batterie, große Reichweite, geringes Gewicht. Das sind die drei Säulen, die es dafür braucht. Außerdem hat sich Citroën freiwillig auf eine Höchstgeschwindigkeit von 110 kmh beschränkt. Auch das hilft natürlich, dann wird die Aerodynamik nicht mehr ganz so wichtig. Und ich brauche auch da nicht so viel Batteriekapazität. Real sind hier 40 Kilowattstunden eingebaut. Trotzdem verspricht uns Citroën 400 km WLTP-Reichweite. Das ist ein Rekordverbrauch von 10 Kilowattstunden pro 100 Kilometer. Da bewegen wir uns auf dem Niveau, das zum Beispiel Mercedes mit dem super effizienten EQXX erreicht hat. Stellt euch dieses Auto vor, stellt euch nebendran diesen windschnittigen Flachmann vor. Beides geht. Warum? Weil Citroën ganz, ganz viele Sachen ganz, ganz anders gedacht hat. Um das Gewicht auf die 1000 Kilo zu kriegen, haben sie zum Beispiel wirklich faszinierende Materialideen entwickelt. Einige davon zeige ich euch gleich im Innenraum. Ein paar kann man schon hier außen sehen. Hier oben das Dach zum Beispiel. Sieht aus, als wäre es aus Metall oder wenigstens aus Kunststoff. Ist aber aus Pappe. Aufgebaut wie Bienenwaben. Nachher lackiert, sodass es natürlich wasserfest ist. Aber 30 Prozent leichter als herkömmlich. Einziger Nachteil, die Pappe kann man nicht biegen. Deswegen sieht dieses Auto so glatt und so gerade aus. Während die Designer sonst wunderbare Konturen ins Blech modellieren, ist das hier also wie ein Karton auf Rädern. Alles gerade. Dafür hat sich allerdings Citroën gedacht, wenn wir schon so stabiles Zeug einbauen und es gerade machen, dann nutzen wir es eben auch. Und man kann diesem Auto buchstäblich aufs Dach steigen. Man kann auf der Motorhaube sitzen. Man kann auf dem Dach sitzen. Und das erfüllt noch einen weiteren Konzept. Nachhaltigkeit bedeutet für Citroën, das Auto öfter zu benutzen. Also nicht nur zum Fahren, sondern auch Spaß damit zu haben, wenn es rumsteht. So wird er zum Beispiel zur Terrasse auf der Straße. Und wenn ich im Stau stehe oder auf dem Parkplatz bin, mache ich mein Picknick eben auf dem Dach statt im von Hunden vollgeschissenen Park. Ja, also das ist hier die Pappe, aus der Citroën den All-E gemacht hat. Bislang kannten wir Pappe von einem relativ altmodischen Auto, nämlich vom Trabant. Jetzt feiert die also ein Comeback für die Generation E. Und die ermöglicht Dinge, die mit keinem anderen Auto möglich sind. Man kann eben aufs Dach steigen. Man kann hier sitzen. Auch innen zeugt der All-E vom Überdenken halt hergebrachter Ideale. Da steckt natürlich ganz viel drin, was Citroën beim Armee schon angefangen hat. Aber der Armee ist eine Mobilitätshilfe, ein Spielzeug. Hier reden wir über ein echtes Auto und hier gehen sie ein gutes Stück weiter. Schließlich muss das Ding sicher sein, es muss alltagstauglich sein und es muss auch sehr viel länger halten. Man sieht aber schon auf den ersten Blick ein paar Beispiele für diese neue Philosophie. Mit BASF zum Beispiel hat Citroën neue Sitze entwickelt. 3G gedruckt aus Polyurethanschaum. Sind unglaublich komfortabel, sind sehr bequem, sind luftig. Man kann durchgucken, das macht das Auto obendrein geräumiger, wiegen aber sehr viel weniger und sind aus sehr viel weniger Teilen zusammengesetzt. Hier unten das Sitzkissen, Gitterrohrrahmen, eine Federung wie sonst im Stoßdämpfer und eben dieses Rückenteil. Das bedeutet, dieser Sitz besteht aus 8 Teilen und nicht aus über 30 wie ein normaler Sitz. Und da sind die Airbags noch nicht mitgerechnet. Die fehlen hier natürlich. Wir reden schließlich über ein Showcar. Genauso das Cockpit, glatt, leer, aufgeräumt und alle Teile, die da so drinstecken, gibt es als Zubehör ähnlich wie beim Army. Hier vorne ist ein Elektroport, hier sind Schienen, die sind elektrisch, da kann ich alles mögliche Zubehör reinhängen. Selbst eine Espressomaschine hat Citroën dafür entwickelt. Und wenn wir uns dann das HMI, das Bediensystem, angucken, macht der All-E auch wieder alles anders. Im Augenblick erleben wir, dass wir überall wettrüstende Bildschirme haben, größer, schöner, strahlender, mehr Fläche einnimmt. Den Wettlauf will Citroën gar nicht mitmachen, sondern beschränkt sich auf eine relativ kleine Bildschirmleiste. Und das sind nicht mal richtige Screens, sondern das wird von unten hochgespiegelt. Zum Teil HD, zum Teil einfach nur LED, da wo man es braucht. Und die ganze Intelligenz in diesem Auto steckt nicht in irgendeinem Chip, sondern die steckt im Smartphone. Citroën gibt das Rennen mit Apple und Co. auf und sagt, die sind eh schneller, die sind eh besser und außerdem hat so ein Telefon jeder dabei. Also nutzen wir doch die Intelligenz, die uns das Silicon Valley bietet und nutzen das Telefon und packen es hier rein. Ich schiebe es also so wie beim Autoscooter früher den Chip hier rein oder wie bei einem konventionellen Auto den Zündschlüssel. Und dann läuft der Ami und er hat alle Intelligenz, Navigation, Infotainment und zum Teil sogar die Assistenzsysteme auf dem Telefon. Ja, jetzt fehlt eigentlich nur noch das Fahren. Selbst das würde funktionieren. Die Studie ist voll funktionsfähig. Aber so kurz vor der Enthüllung möchte Citroën kein Risiko eingehen. Und wir müssen mit dem Fahren noch ein bisschen warten. Nachhaltigkeit hört für Citroën, wie eben schon gesagt, eben nicht damit auf, innovative Materialien zu benutzen, den Verbrauch zu senken, das Auto leichter zu machen, sondern auch die Nutzungsdauer zu verlängern, die Kosten überall zu drücken. Wie beim Ami haben wir ein Gleichteilekonzept. Die Türen sind identisch, Frontstoßfänger und Heckstoßfänger sind identisch, die Radläufe sind identisch. Und Citroën hat sich Gedanken gemacht, wie man das Auto eben mehr und öfter nutzen kann. Wir hatten schon über die Dachterrasse gesprochen. Wenn wir uns das Heck angucken, erinnert das wieder so ein bisschen an den Hummer oder von der Form her vielleicht sogar an den Audi A2. Aber auch das ist multifunktional. Denn es gibt einen Pickup-Kofferraum oder ein Pickup-Bett. Ich kann die Rückbankumlagen umlegen. Ich kann die Heckscheibe hochfahren. Dann ist das Ganze hinten geschlossen. Ich kann wirklich alles Mögliche mit diesem Auto machen. Ich kann zu viert drin sitzen. Ich kann jetzt aber eben auch mein Surfbrett reinpacken. Ich kann zu Obi oder Bauhaus fahren und die Sachen für den Garteneinsatz am Wochenende holen. Und ich kann das Ganze wieder zuklappen. Und dann habe ich wieder ein relativ konventionelles Auto, das ich so nutze wie ein SUV. Normalerweise dürfen wir Showcars nur mit Samthandschuhen anfassen. Wenn wir reingehen, müssen wir oft die Schuhe ausziehen. Und wenn wir sie mal fahren dürfen, dann auf einem frisch gesaugten Teppich mit Schritthinschwindigkeit. Dass wir so einem Wagen buchstäblich aufs Dach steigen dürfen, das ist schon was ziemlich Besonderes. Aber der All-E ist auch kein normales Showcar, sondern ein ganz Besonderes. Jetzt sind wir von Citroën einiges gewöhnt. Kaum eine Marke aus Europa hat so fantasievolle Studien auf die Messen gestellt. Und ab und an leisten sie sich auch mal ein abgefahrenes Serienauto. Ich denke da zurück an den Pluriel oder aktuell natürlich an den Ami, den elektrischen Meharry, nicht zu vergessen. Trotz und alledem sind meine Hoffnungen relativ gering, dass dieses Auto genau so in Serie gehen wird. Dafür wird ihnen der Mut, dafür wird ihnen das Geld fehlen. Und wahrscheinlich sind auch nicht alle Ideen umsetzbar. Aber Designer, Entwickler, Ingenieure, Produktplaner und Strategen haben mir versprochen, ganz, ganz viel davon wird die künftige Modellpalette befruchten. Ich bin gespannt und lese gern eure Kommentare, was euch davon am besten gefällt und was ihr lieber heute als morgen in Serie haben wollt. Und was Citroën bitte überhaupt nicht weiter verfolgen wird. Aber, so viel ist sicher, einiges davon wird kommen und alles, was kommt, wird dabei helfen, Elektromobilität bezahlbarer zu machen und damit fest in der Breite zu verankern. Vielen Dank!